Sind ich klingeln oder willst du klingeln? Ich darf klingeln. Aber 10 Euro in der Stunde könntest du gar nicht bleiben. Und wieder 10 Euro. Wapp, 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 wapp. Ich wissen ja, warum das so viele Eier auf dem Markt gibt, weil die schneller lägen wie sie. Also, ich hätte gedacht, bis das raus voll ist, ist es kaputt oder schon durchgeguckt. Willst du noch mal probieren? Also wenn ich was sehen, wenn ich was sehen, dann melde ich mich gleich. Wack, 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 wack! Wack, 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 wack! Obtug und bis gleich!